Hallo Freunde von Nice. Hi. Nice. Hi Nice. Hi Nice. Hallo Freunde von Nice. Ja, wir grüßen euch heute hier bei Ulla Lamo in Bergklapperstrasse 576 in Köln. Und weiter. Jo, also heute zeigen wir euch Angebote von Pullover. Wir haben ja eine 20% Aktion laufen auf Pullovers, aber nur auf Pullovers. Jo, und dann zeigen wir die euch einfach mal. So. Und ihr habt einen schönen Pullover. Hier habt ihr einen schönen Pullover mit 20%, die gibt es ja bei uns, von Missy. Hähnenseite mit Streussteinchen. Richtig farbinierte Farben. Und auch noch mal richtig ein toller Druck. In verschiedenen Größen. Was ich ganz toll finde, ist vor allem diese Netzspitze. Schick. Sieht richtig schick aus. Und dazu haben wir jetzt passend von Missy diese Maggings. Halt mal dran. Ja, mach ich mal. Wow. Das ist super bequem und dann habt ihr automatisch ein Zweiteil. Na, das ist cool. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Find ich auch. Guck. Da geht also 20% runter. Auch bei diesem Shirt. Das ist Grauschart. Einen kleinen Power-Schnitt. Ist etwas kleiner geschnitten. So 36 bis 38. Kann man es gut tragen. Und hier unten nochmal. Der Bedürrl. Die sieht sehr hübsch aus. Jo, oder? 20% auch auf dieses Shirt. Das sind alles, nicht Shirt auf diesem Pulli. Das sind alles Pullis aus Italien. Gute Markenware. Hätte ich auch so hübsch sind hier vorne mit dem Apfel drauf. Die Marietten. Die Marietten. Hat was. Ja. Das sieht einfach toll aus. Dasselbe gibt es auch noch mein Hellbeige. Ist etwas kleiner geschnitten. Das ist, würde ich sagen, eine große S bis M. M. Mh. Mh. Weil er schön feilt. Etet auch super gut aus. Kann man auch schön Soßen tragen. Das vorne mit dem Apfelchen und hinten. Hier haben wir noch einen Tisch. Ein Pulli mit Fahrausschnitt. Delevance. Hier vorne mit Pailletten gearbeitet. Also wie gesagt, diese Pullis kommen im Schnitt 29 Euro. Und eigentlich geht es reduziert von 39 Euro, gehen die runter auf 29 Euro. Auch diesen Pulli hier, die Löcher an der Seite. Und die schön leichten Pfeil. Auch die zu 29 Euro. Wenn es noch ein bisschen kühler am Hals ist, der hat es mit diesem Pulli gut bestückt, der hier geht für 10 Euro los. Cool, das ist ein Pink. Dann haben wir auch nochmal dieses Shirt, auch für 29. 14. Und die sind lang und weit geschnitten. Und hinten Kapuze. Für 39 geht dieses hier raus. Auch eine gute Markenware. Sehr gut gestrickt, also doppelt gestrickt. Das sieht man auch hier drinnen. Also wirklich eine tolle Sache. Auch hier vorne ein bisschen Blei drauf. Und hinten so. Also die von dort ist auf 39. Auf 29 auf nochmal Eckechen rosa. Für die Elefantenpans. Für die Elefantenpans. Ja, genau. Und wenn es ein bisschen sportlich macht. Für 19,90. Das ist ja so der Klassiker, oder? Ja. Mit diesem Zuchtmix da. V-Ausschnitt, frisch und sportlich. Für 19,90. Hier haben wir nochmal zwei, nochmal, die wir eben hatten. Für 29,90. Für 20,50. Das ist ja cool. Also wie ihr seht, 20 Prozent Aktion. Für 20,50. Hier habt ihr eins. Könnt ihr als Pulli oder auch als Kleid tragen. Blau-Pulier mit Kleid, mit Kette. Geht jetzt auf und auf 29,90. Echt der Hammer. Ja. Sonst wenn man die Bearbeitung von der Seite sieht. Niedereinsatz so ein bisschen. Also sieht richtig toll aus. Mit diesem Pulli. Auch runtergesetzt. Wird ja auf 29,90 Euro. Hosen da drauf. So Steinchen hinter drauf. Steinchen und Knoten. Ah, Knoten. Okay. So Knoten, ne? Sehr schön. Wir haben uns auch schon ein bisschen festgelegt. Ja. Hier auch nochmal schwarz. 29,90. Der ist cool. Mhm. Und hier auch. Oder Alkohol mit Zwittig. Auf 29,90. Und hier auch 15. So drüber schmeißen, ne? Mhm. Schön mal kaputt zum Zweck hier. Aber jetzt mehr so 4,3,6,3,6. Hier auch Kussmund. Und jetzt ist jetzt runter auf 20. Das kostet X,XL. Die gibt es ja nochmal in den Weg. Auch dieses hier. Auf 29. Bei den Palletten gearbeitet. Das macht sich gut auf grau und auf schwarze Hosen. Mhm. So wird ja noch kaputt. Hier haben wir den Reis. Mit der Gitarre drauf hier oben. Ist auch für 29. Und mit Blusenansatz. Das sieht viel aus. Mhm. Guck. Ja. Auch auf 29 Euro. Habt ihr diesen Superpudel. Oder dieser hier. Auch auf 29. Streifenpulli. Mhm. Für mehr 39. Der war 49. Ist jetzt auf 9,5 Sekunden. Auch ein ganz hochwertiger Markenbau. Ist das. Ja, wenn es noch ein bisschen kühl ist. Der ist mit 20 Euro bei diesem Pudel dabei. So einen schönen Überwurf drauf. So auf die Jeans. Ist er auf die Neuf. Ja. Dann hab ich hier noch ein. Mit dem Herzchen. Da kreuz ich mit dem Sternchen. Der geht jetzt rund auf 23,50. Auch sehr hübsch. mit dem Sternchenblech. Wow. Da würde ich mal sagen, sind die durch. Okay. Dann sind die nicht durch. Hier haben wir einen blauen. Ihr müsst bedenken, Leute. Sie steht zum Laden von 10 Uhr an und wir haben halb 10 Abend. Das erklärt alles. So. Hier haben wir noch einen blauen. Blauen und grauen. Hier oben auch noch mal. Schön mit Freetten verarbeitet. Der geht jetzt auch rund auf 29. Das sind wie gesagt Markenmacher aus Italien. Wirklich sehr, sehr gute hochwertige Pullis. Hier noch mal die Glieder. Auch auf 29,90. Oder hier noch mal einen. Der rote ist schön sportlich. Auch 24. Mhm. Vorhin mit Knöppchen. Da kann man ein Tuch drüber tragen. Das sieht immer schick aus. Dann haben wir den hier. Der geht auch rund auf 29. Die sind gelächert. Auch schön sportlich. Sieht toll auf einer weißen Hose aus. Oh ja. 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 Geht's immer durch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich mache jetzt noch mal einen kleinen Einblick. Hier bei den Pullis. Ja. Ich denke mal wir sehen uns. Also dann bis denne. Ciao. Halt. Nicht schauen. Wieso? Ja. Ihr dürft uns nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Und Teile nicht vergessen. Und auf Glöckchen sollten nicht vergessen. Ja genau. Das Glöckchen war auch noch. Okay. Dann sage ich auch noch. Tschö. Schöne Sachen bei. Echt. Ja. Ja.